Vorher, auf The Walking Dead. Nein! Sie Monster! Clemm! Mh! AJ! Kleiner Mann! Fuckin' Garcias! Ah! Du, du, du... Du hast meine verdammten Gäste raus! Ich hab gestern noch mal lange drüber nachgedacht. Und ich finde, ich hab hier richtig entschieden. Ich würd's noch mal so machen. Joan war auf das. Wir haben es auf ihren Orders gemacht. Ich... Entschuldigung! Es ist zu late für Entschuldigung, du Backstabbinger! Ich helfe dir! Ich... Ich erzähle allen in Richmond über das. Vielleicht wird er sinnvoll sein. Danke! Danke! Ich brauch das. Komm schon, wir müssen hurry! Warte mal! David hat uns gesagt, wir kommen hier. Er spricht mit den anderen jetzt. Trust me! Scheiße! Ava ist auch so'n Charakter. Ich glaube, Ava kriegen wir noch auf unsere Seite. Ich wusste, ich konnte dich auf dich, Bruder. Das ist nicht vorbei, Joan. Ich habe Freunde hier. Wir sind Alleyes! Lief nicht so gut für uns. Für die Familie. Garcia! Und da ist jetzt los. Und wie immer, die Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ist das vor der Apokalypse? Haben die Strom? Die haben schon Lärm. Ich glaube, das ist vor der Apokalypse, oder? Ja, das ist halt. Okay, wir sind mit unserem Bruder. Paar Bälle schlagen. Ja, und wir scheinen ja irgendwie auch ein Profi-Baseballer gewesen zu sein. Kein gut? Ja, ich bin... ...wirst du mit etwas... ...hier... 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 Du bist Javier Garcia, oder? Der Ballspieler? Kann ich deinen Autograf bekommen? Wenn du meinen Baseball studieren können, wäre das so großartig! Das ist sicher, Junge. Oh Mann! Danke, danke! So, jetzt haben wir natürlich unser Bruder nicht zugehört. Okay, alles klar. Ja, komm. Ja, hoffe, du magst es. Oh, ja! Ja, ich könnte 10 Euro für das bekommen. Ja, bitter. Du musst die Fans glücklich machen, Big Star. Lass uns zurück zum Baseball gehen. Okay, wir sind gesperrt. Regen. Warum sollte ich den jetzt verfehlen? Es ist weg, Mann! Du hattest es einfach nicht in, nicht wahr? Das ist so, dass du dir besser fühlst. Ja, du solltest es versuchen. Okay, sollten wir vielleicht... Sollten wir euch hier unseren Bruder mal daneben hauen, damit er sich nicht so beschissen fühlt. Talk, talk, talk. Es ist wunderschön. Jeez, du musst lernen, zu relaxen, David. Was sagst du? Put ein bisschen Geld auf es? Du wirst nicht mehr tun. Ich kann nicht glauben, dass du eigentlich wollte hierher kommen. Wenn ich in deinem Situation wäre, dann würde ich die Bedingungen immer wiederholen. Well, danke für mich bringen. Ich brauchte die Distraction. Oh, weg! Oh, Garcia ist auf Feuer! Ich glaube, dein Ego hat viel增加iert. Nächste Mal gehen wir zur Schüttungsrange. Ich schüttere nicht wirklich, aber ich mache es. Und ich bin gut. Oh, das tut so auf jeden Fall richtig, wie wenn du so ein Ding abpisst. Ich schüttere mich! Schützene Ding! Mein Arm ist schüttelnd. Garcia nimmt einen für das Team. Das muss es nicht so schütteln! Gott, Gott, ich habe dir gegründet. Ich erinnere mich, dass ich dir gezeigt habe, wie ich dieses Spiel spielen soll. Well, lasst diesen Superstar den Favoriten zurück. Schau das. Garcias Hot Shriek ist kohlen. Aufgrund? Ich denke, ich habe ein paar mehr Spiele in mir. Du bist in? Oh, das wird... Okay, gleich weg. Oh, David! Hi, 257! Grüß dich! David, was ist falsch? Komm zurück! Ich bin sorry, Mann. Ich durfte es zusammenhalten. Ich bin nicht gut, wie das so sprechen. Es wurde ja schon angedeutet, dass er am Krieg war. Was ist passiert? David? Ich verstehe nicht. Du verstehst nicht, weil du nur über dich selbst glaubst. Und ich bin so glücklich. Es hat schon seit Jahren gewesen. Du hast immer für dich selbst geschaut. Du hast versucht, mich zu helfen. Ja, lass mich zu helfen. Du willst wirklich helfen? Okay. Geh mich nach dem Rekrutierungshof nächste Woche. Was? Die Armee? Mein Job ist es zufrieden. Ah, okay. Er geht jetzt erst zur Armee. Ach, der Scheiße. Ich bin zurück in der Armee. Ich hatte ein Ziel. Ich hatte ein Ziel. Ich hatte ein Respekt. Ich bin zurück in der Armee. Ich bin zurück in der Armee. Du hast nicht gesehen, wie Stress sie hatten, die letzte Mal, die du durchgezogen hast. Leben ist hart für alle, Hobby. Except für dich. Ich werde nicht lachen. wird es hart für alle. Nein, natürlich lasst du sie nicht hängen. Nein, natürlich lasst du sie nicht hängen. Kommt. Kommt. Wir kaufen dir ein Bier. Er nimmt uns auf Bier. Okay. Und besch... Och, da ist doch der Pemmer. Nein, da ist doch der Pemmer. Kannst du uns jetzt helfen? Ich glaube, das ist, warum ich dich nicht schockt habe. Danke, dass ich dir helfen kann. Jones macht ein großes Fehler. Nein, du hast einen Fehler gemacht, wenn du sie versucht hast. Und du siehst du, Attacker. Hey. Everybody, just take a breath, all right? I was just trying to tell them that's your mistake right there. You can't fight everybody. Understand that Jones not looking for revenge. She just wants quarter. Ja. Operation is the name of the game. There's still a way through this. But you've got to let Joan enforce the laws. I'll... I'll see what I can do. What, you're gonna choose that witch over me now? Man, Alter. Wir müssen am wenigstens tun als ob, ey. Ja, der Prozess ist scheiße. Das haben wir ja nur schon gesehen. Ah, da ist der Typ da jetzt mit bei. Ob der uns helfen wird, klang gar nicht so. This is bad. What are we gonna do? I never trusted Joan. By Flakas. Martin! Schön, dass du da bist. Hey. I thought I had it handled. All of this is my goddamn fault. I should have seen it coming. But I dropped the ball. Ja, dafür ist Joan eigentlich. Wir stecken da gemeinsam drin. Dafür ist Joan verantwortlich. Man hat doch nicht dafür, dass sie immer bockig sind, alle mit denen gequatscht. Alle irgendwie so Diven. Sei stark für Gabe. Gabe ist denn so. Wieso fällt euer Stream flach, Martin? Was geschehen? Hast du das Mikro wieder immutet oder was? Entschuldigung bitte, wenn ich mal kurz Pause mache. Ich frage mal nach. Aus Gründen. Oh, aus Gründen. Ist das... Soll ich nachfragen? Echt? Scheiße. Das ist kacke. Aber dann kannst du dich hier ein bisschen entspannen. Irgendwie leg die Füße hoch. Kick ein bisschen zu. Relax ein bisschen. Nimm dir eine warme Milch. Back Kekse. Und chill ein bisschen. So, wir machen weiter. Ja, aber sie ist halt angeschossen. Das haben wir auch nicht vergessen. Okay. No matter what we do, Jones already poison this well. We've got to figure a way out of Richmond. All of us. All of us. Klar, alle. This time tomorrow we'll be together. Ja, komm. You never give up on anybody. Und dann jetzt los. Plan schmieden. Dann holen wir... Dann holen wir seine Frau raus. Ach, sie. Armd Escort. You're that scared to face me? Oh, David. I'm not scared of you. Sieht so, so harmlos aus, ne? So, so kommt man sich um. Don't judge the book by the cover. I won't be a problem if you let us go. In fact, I may even be friendly. I'm sorry. I can't do that. But I like what you're trying to do. It's sad how we ended up here. But Clinton Lingard agree. You've become a problem. What? Clinton Lingard, das ist auch ein Problem geworden? Naja, mal ein paar Worte müssen los schießen. Ja, Ja, diese harmlose Frau hat tatsächlich befohlen, alle Städte und alle, 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 ja, kleinen Nester im Umfeld komplett platt zu machen. Ja, die Tränengas rin, mit Zombies rin, alles ausnehmen, was da ist, alles mitnehmen, ab für Richmond. Ja. Und sie zeigt mit dem Finger auf uns und sagt so, wir sind die Gefahr, alles klar. So, ist ein schöner Stuhl. Okay, gut. Schauen wir uns mal weiter um. Rot können wir do. Oh, ist ein schöner Hocker. Können wir daraus vielleicht eine Waffe machen? Na los, komm. Macht er nicht? Macht er nicht? Können wir uns das ansehen oder was? Hm. Ah, ist doch Hocker. Okay. Wir gehen mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwas, was wir gebrauchen können. Was ist hier? Was ist denn? Oder ist das? Jetzt kann ich mal duschen oder was? Oh, und ich kann einen benutzen. Oh, duschen wir erstmal. Too bad, there's no running water in here. Oder auch nicht. Aber können wir den Griff mitnehmen? Schrauben wir ab. Armaturen klauen. Haha. Wow. Das ist über den kinder Tag, den ich habe. So, wir haben einen Griff. Nee, haben wir nicht. Ist aber noch dran, oder? Nee, hat er abgenommen. Sehr gut. Okay. Wollen wir hier noch ein Syphon klauen? Bust denn bei uns A-Team mäßig? Irgendwas. Da ist noch Wasser. Haben sie geschwindelt. Können wir eine Lampe ausmachen? So, was haben wir noch? Schöne Couch. Draufstehen. Okay. Kommen wir an die Decke. Haben wir irgendwas an der Decke? Okay. Haben wir was im Spind? Da stehe ich drinne, der gerade eh Nice Alation spielt. So. Aber warte mal, wir können den Hocker nehmen. Oder? Wo wollen wir uns den Hocker? Rohr benutzen? Für wat denn? Wir haben Syphon. Wie willst du den hier benutzen? Kommen wir gleich zu. Probieren wir mal ganz kurz, ob der Hocker für unseren kleinen Plan hier funktioniert. Ah nee, er nimmt noch nicht, ne? Er guckt nur mürrisch. Ah, ein Hocker. Okay. So, bevor ich jetzt den Syphon da benutze, würde ich tatsächlich ja noch mal schauen, ob hier noch irgendwas anderes ist. Weil ich denke, er wird kaputt hierhin. Aber hier ist noch Standard, wa? Mua, Merde. Okay, gut. Dann probieren wir mal. Was soll jetzt passieren jetzt hier? Ach, wir machen alle Arme mit. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Mann, Alter. Die Dinger sind doch eh bloß aus Alu oder Edelstahl, ey. Was will er denn? Können wir... Ach. So. Noch mal die Bank vielleicht anziehen. Können wir die verschieben, die ist fest hier schraubt. Können wir damit... Nee. Die Lampe, die war noch interagierbar. Schau mal. Vielleicht können wir damit was machen. Aber auch nicht mehr. Verdammt. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass er den... den... den Hocker nicht nimmt. Weil das wäre doch jetzt eigentlich... Können wir doch einen Hocker hinstellen und dann nach oben klettern. Nee, da passt du nicht durch. Würde ich jetzt mal sagen. Oh. Okay, hier sind die Dose. Sehr gut. Warum denn nur von unten gegen treten? Mann. So. Das Öffnet wird nicht funktionieren. Ah, das ist jetzt nicht so überraschend. Vielen Dank. Blackwolf will das... Schip scream. Jetzt? Guck mal. Jetzt können wir ihn nehmen. Aha. Aha. So, okay. Hoch mal bei uns. Sehr bei der Bip. Sehr bei der Bom. Okay. Das war die Scheibe. Dafür haben wir den Super benutzt. Ah, Lose. Okay, cool. Nee, nichts. Gabe? Gabe, echt? Ich weiß noch nicht. Hilf mir, raus aus. Diese Bars sind los. Hilf mir, sie auszutzen. Ja, Hebelwirkung ist... Nee, funktioniert anders. Aber vielleicht... Ich hab's jetzt schon sehen, Alter. Mann. Nice work, Gabe. Nice work, Gabe. So, wahrscheinlich haben wir jetzt auch die Chance, uns zu verpissen. Könnt ihr euch schon mal überlegen, ob wir den Bruder zurücklassen? Eck, wenn die jetzt... Das wird gleich total alarm sein, irgendwie. Die werden ja merken, dass wir nicht mehr da sind. Also, das wird auch sehr schnell passieren. Oh, die Horde. Oh, die Horde. Sie sind außerhalb der Wälder. Diesen Weg. Komm, komm. Wir könnten natürlich die Herder dazu benutzen, unsere Flucht zu verschleiern. Und massive Opfer hier zu generieren. Aber das haben wahrscheinlich die Leute hier auch nicht so richtig verdient. Also, der Großteil der Leute. Wir haben einen Ort gefunden. Was wir machen? Sie hat mir gesagt, ich will dich finden. Während sie sich rauskriegen. Ah, jetzt move. Ist Kate okay? Ja, sie ist okay. Und Eleanor ist auf jeden Fall. Wir sollten wahrscheinlich weitergehen. Ich kann nicht glauben, dass du mich gefunden hast. Ich habe überall gesehen. Huh. Cool, oder? Hat er gut gemacht. Können wir denn nicht irgendwie eine Wache... ...niederschlagen oder halt betäuben und sonst erstmal Waffen organisieren? Dass wir wenigstens ein bisschen wehrhafter sind? Ich meine, wir haben jetzt Gabe bei. Das ist jetzt natürlich auch nicht das optimalste, da ein Feuerweg zu geraten, aber... Du musst sie bleiben lassen. Wir müssen bleiben, bis der Vater frei ist. Wir können nicht den Vater hier verletzen. Nicht, nachdem wir ihn wieder gefunden haben. Ich kann nicht Gabe machen, was sie nicht machen wollen. Sie ist falsch über das. Sie wird sehen. Ich verletze sie. Naja, irgendjemand werde ich verletzen müssen. Ich seht, komm. Eine Pistole. Was ist denn nun? Warum bleibt ihr da stehen? Einfach. Mariana. Ich versuche mich wirklich gerade so ein bisschen so durchzulabinieren, ey. Wir haben es geschafft. Okay. Dadurch, dass wir auch ständig immer so fär... Dadurch, dass wir auch ständig immer irgendwie durch irgendwelche Cutscenes sofort da sind, habe ich auch keine Relation darüber, wie groß ist dieser Ort. Ja. Es war nicht so beschäftigt. Was sind sie da? Nein, dich haben sie auf jeden Fall nicht. Let's get inside. Oh. What? 310N1 Cola. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Habe ich gerade nicht jetzt mitbekommen. Ich habe es gerade nur gelesen. Dankeschön. Danke. Immer wieder geil inszeniert. So, wir bauen wieder. Sie bauen bestimmt schon Geigen für uns. Alter, bauen die da echt einen Geigen? Das war eigentlich ein Scherz gerade. Und die Herde ist schon genau vor der Tür, Alter. Ja, wir können halt ein gigantisches Chaos anrichten, indem wir die jetzt reinlassen, aber es wurden einfach zu viele Unschulde sterben. Und wie gesagt, der Großteil der Leute, denke ich, Town Meeting at Dawn. Das ist interessant. Jetzt kommt der Alert erst. Vielen Dank nochmal für dein Follow. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die Bohnen an Geigen. Blood is thicker than water. Aber wird er doch auf uns dazu treffen. Wenn wir die Gelegenheit haben, uns zu verpissen mit Kate und Gabe. Und halt auch, äh, Geralt von Riva und, äh, Eleanor. Sollten wir das wirklich aufs Spiel setzen, nur um David jetzt zu retten? Weiß ich nicht. Ich meine, er ist unser Bruder. Verdient eigentlich. Also, was heißt eigentlich? Er verdient. Ah, ist so schwierig. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch. Ja. Hey, Junge, hier gibt es einen Charakter, der sieht tatsächlich aus, äh, äh, wie, äh, Geralt von Riva. Ich glaube, wir sehen ihn noch gleich. Hallo, Trip. Oh, hey. Oh, hey. Hey. Trip. Schau, wer ist hier? Hey, Leute. Äh, hey. Where have you been? Eingeknastet? So, hat uns einsperrt. Oh, es würde ich nur beunruhigen. Ja, das Zitat kennen wir, ja. Also, es kann sein, wirklich, dass es auf drei Sachen hinbekommen ist. Let's go. Let's go. Unian ohne David jenen. Irgendwie, das würde mir zu sehr verrätermäßig vorkommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, er ist halt, er ist halt nicht der beste Bruder, aber er ist unser Bruder. Ne, und eigentlich, wie die Folge schon sagt, Blut ist dicker than water. Blut ist dicker than water. Schön. Kann immer wieder in der Klippen, diesen Unsinn. Ähm, mit ihm abzuhauen, würde tatsächlich heißen, dass Kate da massive Probleme mit haben wird, weil die hat nämlich Angst vor ihm. Und ist eigentlich seine Frau. Ne, aber wir haben es ja schon in der Sequenz gesehen. Oma, hey. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir haben es ja schon gesehen, irgendwie, dass er da extreme Reibereien gibt. Und es entwickelt sich ja auch so was wie eine Romanze zwischen uns und Kate. Ja, wobei man sich ja auch schon schlecht genug führen sollte eigentlich. Ähm. Und wir haben halt die Option, eventuell zu sagen, so, hey komm, wir, äh, machen Richmond zum tollsten Ort der Welt. Ich mein's doof zu sagen. Hm. Und ich weiß nicht, ob ihr die, die The Walking Dead Serie gesehen habt. Tatsächlich ist es so ein bisschen, wir sind so ein bisschen Shane gerade. Ne, also wir, wir sind Shane eigentlich. Nur in Net. Und das macht es eigentlich nicht besser. Wir sind eigentlich, eigentlich sind wir, eigentlich sind wir der Arsch. Okay, ihr Lieben, also. Wo soll die Reise hinnehmen? Pass auf dich auf. Ich kann noch nicht weg. Oder wir brauchen einen Plan. Eigentlich, also es ist total ja, hier können wir nur sagen, wir brauchen natürlich erstmal einen Plan. Aber ich denke, irgendwann wird diese Entscheidung kommen. Wie viele Leute hat Richmond eigentlich? Wie viele Bewaffnete? Würde mich mal auch interessieren. Oh. Oh, sie sind schon drin. Oh, sie sind schon drin. advised. Jetzt sind wir hier. Ich bin sehr, Entschuldigung. Ich hinscht mit dir. Ich denke, der ganze Welt ist jetzt shutzell. Es scheint, dass wir in den Knochen in dieser Ort und ohne. Ich von einem. Ich führle mich ein bisschen安全 mit ein paar mehr Geräte, um sich zu weinen. Das ist der schlimmste Weg, der jetzt gerade zu machen? Wir müssen vorsichtig sein. Ich scheue mich vor Entscheidungen. Das ist alles, was du machst. Ich will nicht riskieren, dass jemand anderen verloren ist. Aber du hast das nicht gehalten. Sie werden für uns kommen. Ich weiß, wo es sind. Mein Vater hat mir gezeigt. Es gibt viele. Die Armourie. Eine gute Idee. Ein kleiner Grupp sollte gehen. Okay. Das klingt wie ein Plan. Wir werden hier zurück, so schnell wie wir können. Glückwunsch. Komm her. Kate... Ich... Ich... Warte, Javi. Ich weiß nicht, ob du uns hörst, aber ich glaube, ich habe ihn mit Elinor geklappt. Wir können auf der Weg sprechen. Ich... Ich... Ich glaube nicht, dass ich dieses Apartment mit etwas zwischen mir und ihr. Es ist einfach nicht richtig. Ich weiß, dass du zumindest etwas gehört hast. Es passiert. Es ist besonders in diesen Tagen. Es geht nicht. Danke. Danke. Ja, du musst das jetzt unbedingt klären. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Beziehungsstatus zu klären oder was. Was? 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 Wie kann man es denn so unnötig verkomplizieren? Was? 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 Was?